Meine lieben Damen und Herren, werte Künstler, Kunstfreunde, Kunstsammler, heute herzlich willkommen mit den Einleitungsworten, sage ich meiner lieben Mitarbeiterin, der Bianca. Ich komme her und sehe, wie viele Leute, so seid willkommen heute, doch geht nicht so fern. Denn wie der Baume, wieder wird blühen, werden wir, auch wenn nur im Traume, uns bald wiedersehen. Liebe Freunde, herzlich willkommen zur Vernissage Thomas Mikkel & Renz. Anwesend die Künstler, Ehren Schabus, Thomas Mikkel, Christian Sablatnik, Konstanze Stavik, der Red of Rose, Julia Uranschek, Alpha Centauri, Expositur Lebensmuseum Franz Mayer und Kaya. Ja, ganz besonders möchte ich die hohe Politik begrüßen. Einmal gekriegt, Klassiker. Martin, bitte die Frau Melle auch. Entschuldigung, Evelin, ich habe die ganz gericht. Jetzt kriegst du extra, gar nicht was gemacht, das ist extra. Evelin Mahle mit dem Künstler Melle auch heute vertreten. Bravo! Magik Korach auch hier. Entschuldigung, ich weiß nicht, mein Textschreiber hat mich verlassen heute. Nein, Memoriam, Horst, Kradischen, ich sage immer, ich soll ohne Zettel lesen. Horst, alles Gute ins Krankenhaus und toll, 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 komm wieder gut aus. Wir warten auf den musikalischen Aufbrett. Bravo! Bravo! Ich möchte, wie gesagt, die hohe Politik begrüßen, von Team Klagenfurt, Dr. Renate Kanowski-Windermann. Bravo! Bravo! Und Wilhelmine Mayerhofer, von der Liste, Wilhelmine Mayerhofer. Bravo! Ich möchte darauf hinweisen, sage ich, dass es das erste Mal hier offiziell eine Galerie-Wernissage ist, keine Gasthaus-Wernissage ist. Künstlerin Melle, jetzt bist du wirklich doppelt aufgerufen. Alles Gute zum Geburtstag von uns allen. Vielen Dank! Es regnet, Asche von oben, grau, klein und fein, Tränen umwogen, schlafe ich ein. Die Zeit, sie zieht vorbei und ich liege gefangen hier, will nur noch zählen bis drei, doch es kommt die vier. Kräfte entschwinden, Geist und Körper machen dicht, will mich noch winden, schaffe es nicht. Es ist vorbereitet, vorbei die Suche nach Glück, wer diesen Weg beschreitet, für den gibt's kein Zurück, soll ich? Der Fuß berührt noch nicht den Boden, habe abgeschlossen mit diesem Tage, sehe die Qualen der Toten, So stellt sich eine Durchefrage, will ich? Dankeschön. Zukunftsgeflüster, ich liege hier, dieses Spiel verzehrt mich, du bist neben mir, unschuldig und smidlich. Die Sonne geht unter, ich schaue ihr nach, will es sein, nicht mehr munter, es wird, finst in der Nacht. Der Sturm beginnt, er fegt umher. Gedanken entziehen, werden Augen, sie schwer, bereit, in süße Träume zu entschreiten, ich streif dein Haupt. So liege ich nun, den Gesang in der Sturm lauschend, drehe mich um, höre, leise rauschend die Worte empfehlen, Ich sag, merkst du es auch? Danke. Eifer Centauri, featuring Background, süß wie Ananas. Musik 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 Laute Hinten Laute Hinten Süß wie Ananas, ja in Caracas Süß wie Ananas in Caracas Ja das macht Spaß, ja das macht Spaß Süß wie Ananas in Caracas Ja das macht Spaß, ja das macht Spaß Ja das macht Spaß, ja das macht Spaß Ja das macht Spaß, ja das macht Spaß Ja das macht Spaß, ja das macht perfect Aber ich möchte heute den Reichen des Traufes eröffnen. Und ich hätte gerne ein Bild von einem Schüler von unserem Herrn Thomas Mikl. Ich hätte gerne diesen Clown unten und unseren Terroristen in Karinagel gekauft. Einer muss ihn anfangen. Der Clown von unserem Thomas Mikl, der begleitet mich schon Jahre über. Ich habe schon vor Jahrzehnten einen Clown gekauft mit dem Thomas. Ich war in Deutschland, ich war in Wien, ich war in der Steiermark. Und jetzt bin ich wieder im Clown-Konzeele, ist er wieder dabei. Und jetzt möchte ich von Martin diesen Clown-Konzeele kaufen. Lieber Rudi, dann möchte ich den Clown offiziell überreichen werden. Ich sage recht, echten Dank. Das ist mir eine sehr, sehr große Ehre. Nämlich da meine liebe Ex-Frau, die Frau Sandra Breithuner. Ich kann es kurz erwähnen. Liebe Sandra, wenn du das Video siehst, auf den Clown für das nächste Schlafzimmer, musst du noch eine Woche warten. Das finde ich gerne. Danke sehr. Ich werde dem Rudi das übergeben. Wir sehen dann hier oben. Die Kaffelrost, wenn wir müssen, steht mich in die Husten. Sommerzeit, Partyzeit, wir sitzen mal zusammen und haben eine Freude. Ein Pupp der Runde, kein Buhnlutsch, ein Pantanat, Laubierenlutsch. Vergebung, der Fad ist schwer, die Stimmung ist am grünen Heim. Die Sommer gibt's schon seit hundert Jahren, doch heute Sand, die Bierburt gut. Wir suchen mal, der von einem Kamm, der aus dem Ring, mein Pantanat. Sommerzeit, Partyzeit, wir sitzen mal zusammen und haben eine Freude. Die Kaffelrost, ein Buhnlutsch, ein Pantanat, Laubierenlutsch. Kein Raketenland, kein Vat ist schwer, die Stimmung ist am grünen Heim. Die Kaffelrost, ein Buhnlutsch. Ein glaubt mir geht's, um braunen Streit, um saufen von der Biale. Die Wohne kommt, gründer rot. Sommerzeit, zu jeder Stunde. Sommerzeit, Partyzeit, wir sitzen mal zusammen und haben eine Freude. Yes, it's my tone. Yes, it's my tone. I'll call my place. Good morning, Mike. Good morning.